Das Unternehmen Ripple wird gegen die SEC verlieren, meiner Meinung nach, und der Token wird fallen. Mehr dazu im Video. Hey und willkommen bei der Kryptoeule. Ihr wisst, XRP nicht mein Lieblingsthema aus persönlichen Gründen, ich halte nicht viel davon. Aber es geht hier nicht um einen Hate, sondern um Fakten in diesem Video. Und das wird dann ganz schnell klar, dass es sehr, sehr schlecht aussieht für XRP. Und zwar ist das hier getweetet worden. Wir sehen das hier, SEC vs. Ripple, morgen wird eine Entscheidung erwartet. Und man schreibt hier sogar, die wörtliche Übersetzung wäre, Abrechnung wird morgen erwartet. Also, morgen eine Entscheidung bei diesem Thema. Und ich möchte hier ein paar Sachen zeigen, wo ich sage, ich glaube, dass das Ganze nicht gut ausgehen wird für Ripple. Worum geht es eigentlich? Es geht im Prinzip darum, dass Ripple einen eigenen Token mit XRP ausgibt, dem aus nichts erschafft, dem in Wert zuteilt, durch Community-Effekt und Werbung und so weiter. Aber dürfen Sie einfach so Geld drucken in dem Sinne. Und genau darum geht es und sind hier mit der SEC schon länger, jeder verfolgt das, sind hier schon wirklich schon länger unter dem Radar der SEC und sind natürlich auch auf der Anklagebank. Gerade für viele Anleger nicht schön zu beobachten, aber gerade für Spekulanten eine super Sache, weil sie sagen, hey, ich spekuliere auf einen Gewinn von Ripple gegen die SEC und schon geht der Preis durch die Decke. Unterm Strich könnte man das auch so sagen, wenn das Ganze passiert, dann ja. Aber ich möchte mal hier zwei sehr gravierende Gründe vorbringen, warum dieses ganze Thema schlecht für Ripple ausgehen wird. Und dazu habe ich schon am 8. November einen längeren Tweet geschrieben und zwar das hier. Ich spreche nicht gerne über XRP, aber am Sonntag im Livestream kam das Thema Ripple und SEC wieder auf. Also ihr wisst ja, sonntags 21 Uhr sind wir immer live, jeden Sonntag, außer wenn gerade Weihnachten ist. Und dann sprechen wir darüber und da kam dieses Thema Ripple und SEC auf, was meine Gedanken dazu sind und so weiter. Nach den neuesten Erkenntnissen könnte man auf ein Verlieren von Ripple gegen die SEC spekulieren. Warum? Erkläre ich hier. Und zwar nachdem gestern, das ist ein Tag nachdem das Thema Libri vor Gericht den Anschuldigungen der SEC unterlag, kann man von einem eventuellen Präzedenzfall sprechen, was sehr negativ für Ripple und XRP wäre. Die Quelle ist hier letztendlich, können wir uns anschauen, hier ist das ganze Thema zum Libri-Fall. Und Libri hat verloren, ihr Token ist ausgegeben worden und sie haben gegen die Secure Exchange Commission verloren. Wir sehen, was mit dem Token danach passiert ist und das ist sehr negativ für den Libri-Kurs, aber das war natürlich absolut verständlich, dass das nach unten geht. Gleiches könnte auch Ripple und XRP passieren. Nun gibt es eine Art Präzedenzfall und es ist nicht nur eine Art, es ist ein Präzedenzfall. Oder halt genau den Präzedenzfall, aber wir wissen ja jetzt, es gibt noch einen zweiten. Ich komme mir gleich zu. Hat man von Seiten der SEC nur darauf gewartet und kann jetzt mit breiter Brust zur nächsten Verhandlung gehen? Fragezeichen. Man muss halt überlegen, sie haben eine Verlängerung beantragt bis November. Also hat man hier gewartet, weil wir sie genau wussten, Libri ist das einfache Ding, das machen wir platt, dann haben wir einen Präzedenzfall und dann schnappen wir uns XRP. Okay, genau so sieht es aktuell aus, meiner Meinung nach. Und das Thema bleibt wirklich spannend und viele erwarten bald ein Urteil. Und jetzt wissen wir, eventuell kommt morgen der Tag der Entscheidung. Aber, und das ist das, was ich gesagt habe, geht nicht hin und sagt, der Kurs fällt dann ins Bodenlose, Krypto ist tot, weil Ripple gegen die SEC verloren hat. Nein, wie ich am Sonntag sagte, egal was da rauskommt, die SEC wird weitermachen und sich den nächsten vornehmen. Wer es wird, bleibt abzuwarten. Solana, gut, die brauchen wir sich jetzt nicht mehr vornehmen, die haben andere Probleme. Cardano, BNB und noch viele weitere andere. Und ich sage euch direkt, ich glaube, dass das hier negativ für Ripple ausgehen wird und einer der nächsten wird einer aus den Top 10 sein. Da kann man stark von ausgehen. Und Bitcoin und die Stablecoins werden es nicht sein, das kann ich euch sagen. Ja, jetzt denkt man sich, ja, klar, Libri ist ein Fall, die haben verloren, ja, hier können wir reinschauen, ist alles erklärt worden, können wir auch Deutsch übersetzen und unterm Strich. Ja, da haben wir einen Präzedenzfall, aber, seien wir ehrlich, Ripple macht das schon, Ripple hat viele Beweise vorgelegt. Aber, jetzt kommt ja noch das nächste Thema. Was ist noch ganz schlecht für dieses Verfahren? FTX. Weil, FTX hat genau das gleiche gemacht mit ihrem FTT-Token, den sie an Elementor Research gegeben haben, den haben sie gelockt, darauf haben sie Kredite bekommen und so weiter. Also, sie haben einen Token erschaffen, mit diesem haben sie gehebelt, auf diesen haben sie Gelder bekommen. Was macht eigentlich Ripple mit ihrem Token? Ah, stimmt, sie locken ihn, bekommen Gelder drauf und vor allem viele Teammitglieder halten noch sehr große Bestände von XRP. Also, ist das dann, dass man sagt, wir haben hier ein freies Projekt, wo die Token alle frei sind? Genau dieses Thema, wie viele immer sagen, ja, die Zentralbanken der Welt, die wollen ja irgendwann alle Ripple nutzen. Natürlich, ich gehe hin als Chef von Ripple und sage, pass auf, ihr habt hier 40% aller Token, die könnt ihr nutzen, wie ihr wollt. Übrigens, die anderen 60, die liegen übrigens bei uns, an den Teilhabern, bei den Gründern. Und, wenn ihr dann mit XRP einen hohen Preis erzielt habt, weil ihr das Ganze pusht, weil ihr Zentralbanken nun auf unserer Blockchain agiert, ja, dann dumpen wir unsere Token euch ins Gesicht. Und genau das sind doch viele Punkte. Wir haben hier einen Präzedenzfall, wir haben einen neuen Fall, der durch die Medien geht, den jeder sieht. Und wir wissen eigentlich, das ganze Projekt ist sehr, sehr fragwürdig, weil noch viele Mitglieder hier noch sehr große Bestände halten. Also sage ich euch ganz klar, das Ding wird gegen die SEC scheitern. Und für mich absolut unverständlich, was heute passiert, nämlich, dass der Kurs hier steigt. Also, ich kann es nicht begreifen, dass das hier, der Kurs hier um den Dreh kam, die Nachrichten, wir sehen ja Spekulanten hoch runter, aber gerade steigt. Also, ich kann es nicht verstehen, weil ich wäre jetzt an XRP Halter, XRP Investor, wäre ich sehr, sehr vorsichtig bei den aktuellen Verläufen und vor allem beim Thema Libri, Präzedenzfall, FTX und so weiter. Und glaubt mir, die SEC wird das ganze Thema FTX vorbringen, auch wenn sie noch nicht verurteilt sind, aber Libri ist es halt, kann man sich gut vorstellen, dass sie hier sehr viele Gründe finden werden, das Ganze miteinander zu vergleichen und dann unterm Strich zu sagen, hey, was die gemacht haben, schaut, wo das hingegangen ist, schaut, wie das ausgegangen ist und vor allem, da werden wir ja auch noch klagen. Und was kann im besten Falle für XRP passieren, meiner Meinung nach? Ich glaube, wenn Whipple noch einige Sachen vorbringt, um das Verfahren vielleicht noch etwas zu schieben. Das wäre für mich, in meiner Meinung nach, der beste Fall. Aber man muss ganz ehrlich sagen, am besten, man nimmt das Urteil einfach hin, weil wenn man das Ganze noch schiebt und dann kommt das ganze Thema FTX, FTT, Sam Bankman, Freed, Alameda Research, was da alles hinterhängt, kommt dann auf die Anklagebank, dann glaube ich ganz klar, die werden haushoch verlieren gegen die SEC und dann gibt es schon zwei Präzedenzfälle und das ist für Whipple noch schlechter, wie jetzt eventuell ein schlechtes Urteil hinzunehmen. Was sind eure Meinungen zu diesem ganzen Thema? Ich glaube, ich habe ein paar gute Gründe gebracht, dass es wirklich nicht so gut aussieht für Whipple. Was denkt ihr dazu? Glaubt ihr trotzdem weiter an diese Kryptowährung? Ich weiß, Whipple bzw. XRP hat eine riesen Community, auch im deutschsprachigen Raum. Aber meine Meinung und auch vor allem das Thema Präzedenzfall, das liegt auf der Hand, das liegt auf dem Tisch und deswegen sieht es meiner Meinung nach nicht gut aus. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.